Bonjour Mesdames et Messieurs, hier auf Alpha Prisence, ich bin Alpha und ich präsentiere einen zwischengeschalteten Vlog aus ganz logischen Gründen. Und zwar ist es mit der Stimme noch nicht ganz so perfekt, wie ich es mir wünschte, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich eine Revue aufnehmen konnte, sprich gestern. Und deswegen gibt es heute, ich glaube 14 Uhr soll es dann raufkommen, ein weiteres Nostalgia Critic Video und zwar die allererste Review, die er richtig gemacht hat, und zwar von Cartoon All Stars To The Rescue. Das erstmal zum Zeitplan. So, ich hoffe, das Ding kommt jetzt um 12 Uhr raus, mal gucken. Und wir wollen da mal ein bisschen über meine gestrige Kinoerfahrung reden und zwar war ich gestern im BFG, The Big Family Giant, dem neuesten Film von Steven Spielberg. Da wir gerade so die Montags-Bewerks haben, ergibt das ja durchaus Sinn, dass ich darüber mal kurz rede. Zuallererst, wer den Film mal sehen möchte, sei definitiv gesagt, dies ist ein Kinderfilm. Wirklich, wirklich ein Kinderfilm. Es ist auch Familienfilm, ja, aber es ist etwas anders als die Familienfilme, die heutzutage gemacht werden. Solche Sachen wie von Pixar, von Illumination Studios und so weiter. Weil diese Filme haben auch eben Elemente für Kinder, meist farbenfroh, nette Witze und eben auch Sachen für Erwachsene. So unterschwelligen, unterschwelligen Kommentar und solche ganzen kleinen Geschichten. Aber Big Family Giant ist vom Gefühl her doch stark an Kinder orientiert, gerade vom Humor. Und ich hatte das Glück, wirklich in einer Vorstellung zu sein, wo viele Kinder waren. Ich würde mal schätzen, so, ich weiß nicht, das waren viele Familien auch mit vielen Kindern, auch mit kleinen Kindern, so vier, fünf, sechs. Und für die ist der Film wirklich gedacht und gemacht, gerade vom Humor und was da alles abgeht. Und dadurch, dass die Kinder drin waren und so an bestimmten Stellen wirklich herzhaft gelacht haben, hat der Film auch wirklich viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch meinen Spaß. Und ich kann mir nur vorstellen, dass eine Vorstellung komplett ohne Kinder mit Big Family Giant irgendwie ziemlich tro... Nämlich nicht trostlos, aber es hat halt viel infantilen Humor, worüber halt vor allem Kinder lachen können. Und eben als Vorstellung mit vielen Kindern ist der Film wirklich gedacht. So ein bisschen der Peter Pan-Effekt, wenn man mal sowas wie, wenn Träume fliegen lernten, gesehen hat, wo halt die Kinder im Theater waren bei Peter Pan. Das, äh, so sollte man auch The BFG sehen, eben mit vielen kleineren Kindern. Ähm, wieso, weshalb, warum? Weil, äh, sowas wie, 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 wie Furzwitze sind, äh, ein paar Mal mitgegeben und... Das ist ein bisschen schwierig. Darüber lachen halt ganz gerne Kinder. Oder, dass der Riese, The Big Family Giant, überhaupt alle Riesen, so ein merkwürdiges Verhältnis mit Sprache haben, dass sie ganz mal, ganz mal die wegstaben, verbuchseln und merkwürdige Kombinationen rauskommen. Zum Beispiel redet er die Königin von England, die auch in diesem Film vorkommt, äh, redet er mit eure Mayonnaise an. Kinder haben herzhaft gelacht. Also, in dieser Sparte befindet sich dieser Humor. Und, ähm, wie gesagt, für, für Kinder von vier, fünf, sechs, sieben Jahren ist der Film, glaube ich, ein wundervolles Erlebnis. Und, äh, wer eben Steven Spielberg-Fan ist, müsst ihr eben mit dieser Prämisse reingehen, zu wissen, dass es ein, definitiv, ein Kinderfilm ist. Ähm, vom Stil her würde ich so in die Richtung von, von Hook mit einorientieren. Äh, Musik von John Williams fand ich wieder sehr schön. Es ist eine Mischung aus den Harry Potter-Filmen, aus den neueren Kombinationen von Lincoln zum Beispiel. Das Hauptthema ist dem sehr ähnlich. Und auch ein bisschen Hook mit drin. Wie gesagt, Harry Potter kam so bei meintlichen Stellen sofort in den Sinn. Und ist aber wirklich ein schöner Score. Farben sind so immens. Es hat viel CGI-Elemente. Äh, es wirkt wie wenig Setbauten. Das ist, glaube ich, wie er mit Performance, das ist definitiv mit Performance Capturing alles gemacht, auf jedes gemacht. Ähm, hätte mir vielleicht hier und da mehr deutliche Sets gewünscht, wie zum Beispiel, um mal zurückzukommen, bei Hook, wo wirklich sehr viel oder alles mit Sets war. Das hat dem Ganzen einen sehr bodenständigen Charakter gegeben. Hier war wirklich sehr viel Computer. Das hat dem manchmal ein bisschen nicht gut getan, aber, wie gesagt, äh, moderne Sehgewohnheiten, ja, würden da, glaube ich, drüber hinwegsehen. Und es ist, um mal zum Schluss zu kommen, ein sehr schöner Kinder-Familien-Film. Und ich werde es mir, denke ich mal, sehr gerne dann auf Blu-ray holen, eben weil ich eine schöne Erfahrung in dem Kinosaal hatte und eben für später den mal ganz gerne noch einlegen wollen würde, um vielleicht noch, vielleicht subtile, ähm, Sachen von Spielberg drin zu finden. Man hat teilweise nicht ganz merken können, dass es von Spielberg ist. Das war ganz interessant. Ähm, es, rundherum fand ich es einen schönen Film, wie gesagt, für Leute mit kleineren Geschwistern, mit Nichten, Neffen, Enkeln, was weiß ich nicht, können durch den Film durchaus mal sich zur Gemüte führen, wenn er denn noch in eurem Kino läuft. Und, äh, das wär's jetzt auch, glaube ich, schon wieder mit mir und BigFanLegger ein. Wie gesagt, ich hoffe, die Review kommt dann auch um 12 Uhr hoch auf den Kanal und freut euch dann auf 14 Uhr definitiv auf den Nostalgia Critic, die erste Episode, die er jemals gemacht hat, mit meinen Untertitelungen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß in der Filmbild. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zu einer gewohnten Review wieder. Ich arbeite dran. Bis dahin viel Spaß. Ich bin Alpha und ich präsentierte. Top Fertig. Ich bin Alpha.